Wenn wir jetzt an einer Sache dran sind und da irgendwann nach einer kurzen Zeit mit Aufhören beziehungsweise das Stoppen und uns denken, wir fangen irgendwann mal da wieder an, dann stoppen wir gleichzeitig unsere Weiterentwicklung und die Möglichkeiten, die dahinterstecken. Und das machen ganz viele Menschen da draußen. Sie gehen davon aus, weil sie ja schon einen gewissen Bereich für sich entdeckt haben, den sie verfolgen wollen, dass sie da genau wieder ansetzen können, wo sie gestoppt haben. Das ist ein Irrglaube. Einfach mit dem Hintergrund, weil sie für sich nicht verstanden haben, dass wenn man in einer Situation ganz neu beginnt, dann fängt das auch meistens erst an, dass man da eine Weiterentwicklung vollziehen kann. Und diese Weiterentwicklung ist nur möglich, wenn man da auch beharrlich bleibt und diesen Anschluss niemals außer Augen verliert. Und erst wenn man soweit das für sich verstanden hat und auch verarbeitet, wird man für sich herausfinden, dass da eine ganze Menge Wahrheit dran ist und gleichzeitig wird man für sich herausfinden, ich bin jetzt dazu in der Lage, genau diesen Bereich so zu verfeinern und zu vergrößern. Voraussetzung ist da natürlich, dass man auch daran arbeitet, um für sich herauszufinden, was möchte ich, wer will ich sein und was sehe ich da letztendlich für Möglichkeiten, wenn ich in diesem Bereich drinne bleibe, dabei bleibe und das Ganze so weiterspinne, dass es irgendwann mal auch die Ergebnisse bereitet, die man erwartet. Und genauso ist dieses Prinzip, was dahinter steckt, was dahinter liegt, solange man dabei bleibt. Aber wenn man stoppt und es irgendwie mal nach hinten verzögert, wird man auch von der ganzen Weiterentwicklung stoppen. Und wenn du das auch möchtest, wenn das für dich wichtig ist, weiterzukommen, weil du einfach merkst, du hast eine innere Blockade, eine Bremse, die immer wieder angezogen wird, dann schick mal einfach mal eine Nachricht und wir werden zusammen entdecken und herauslösen, wo du blockierst, wo du stoppst und wo du bremst. Und wenn das für dich wichtig ist, dass das jetzt passiert, schick mal einfach mal eine Nachricht und wir werden da genau komplett dran arbeiten. Wenn dir das gefallen hat, dass du in diesem Video mal auf den Weg bekommen hast, teile es mit anderen Menschen, die das jetzt hören und wissen sollten und ich freue mich auf unsere Meinung das nächste Mal. In diesem Sinne, macht was draus und bis dann.